Dieser Modus ist lang. Ich versuch's jetzt mal so rum. Vielleicht knäck ich so ja besser, wer weiß. Yeh. Und jetzt, äh, so. Alter, von was hält mich? Ich bin das magische Knäckebrot. L.T., L.T. Ja! Ha, ha, ha! Yes. Deine Mutter ist ein Knäckebrot. Hast du da Erbsensuppe zum Frühstück? Oder soll das Müsli darstellen? Gib mir die... Nein? Lass die fucking Butter in Ruhe. Gesagt, lass die Butter in Ruhe. Oder Margarine. Warum sind da Fischgräten? Digga, mach sauber. Au! Ich hab geknäckt. Oh ja, Käse und Marmelade. Mein Lieblingsessen. Mein Liebling. Gib mir! Gib! Mir! Nicht die Scherben! Piss! Off! Will ya? Nein! Nein, 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 nein! Fuck this shit. Zurück zum Menü, bitte. Der Knäckebrot-Modus ist ja ein Ranz. Ey! Oh Gott, nee. Lass mich raten. Freier Modus. Ja, du kannst wahrscheinlich einfach nur durch die Vollkorn. Du darfst einfach durch die Gegend fetzen wahrscheinlich. Give me a run! Okay. Ihr habt freier Modus. Dein Bild ist schlecht. Wow. Schaffe ich das? Kann ich unters Kissen? Von der Brotfee? Nee, okay. Die Brotfee ist nicht mehr unser Freund. Gut, das ist der freie Modus. Anerkannt. Jetzt fehlt uns noch... Ach nee. Was hab ich denn jetzt gemacht? Nee, den normalen Modus, den kennen wir doch schon. We know that. Erzähl mir nix Neues. So. Schwerlos. Schwerelos. Schwerelos durch die Küche. Oder wat? Atemlos durch den Toast. Werde Toast. In Spain! Was geht hier ab? Ähm. Houston, wir haben Toast. Ach du heilige Scheiße, ist das noch? Weehee! Weehee! Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Und ihr dachtest, I am Brad ist schwer zu kontrollieren. Dann habt ihr das hier noch nicht versucht. Alter, das habt ihr noch nicht ge... Wow. Ach du Scheiße. Weehee. Ja. Auch. Auch. Houston. Houston, wir haben ein Problem. Wir sind Toast. Houston, ich weiß, dass wir Toast sind. Wir müssen uns das nicht immer wieder sagen. Aber Houston, wir haben ein großes Problem. Das ist ein großes Vollkorn für die Menschheit. Nein, falsche Richtung. Da will ich doch lang. Nee, vorwärts. Ich will hier weg. Ich bin das schwereloseste Toast, was jemals... Wo ist denn überhaupt der Toaster? Oh mein Gott, da vorne ist er. Völlig losgetoast von der Erde, schwebt das Toastbrot völlig schwere... Alter, glüht das Ding? Jetzt müssen wir es nur irgendwie schaffen, da reinzukommen. Alter, ob der mit dem Ding auch Brötchen toasten kann? Nee, so rum. So rum. Falsche Richtung. Bleh! Ihr wisst gar nicht, wie schwer das ist. Selbst wenn ihr es wüsstet, ihr habt keine Ahnung. Shit. Nein. Jetzt, genau. Ja, nein, nein, falsch. Oh ja, oh ja, wir machen's gut. Nein, falsche Richtung! Doch! Okay. Okay. Jetzt nur noch irgendwie... Nein. Nein! Ihr glaubt gar nicht, wie schwer das ist. Ich kann euch nichts erzählen. Nichts. Absolut nichts. Es ist das Schwerste. Oh, warte, konnte ich mich da gerade... Nein, 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 nein! Bleibst du da! Hör auf, den Toaster jetzt wegzuschieben! Das ist ja unglaublich. Mom, der Toaster bewegt sich auch noch. Okay, okay. Okay, okay. Jetzt rein simpeln. Nein. So. 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 Nein! Nein, 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 nein! Bad Toast! Nicht wegfliegen! Ihr habt keine Ahnung, Leute, ihr habt keine Ahnung, wie schwer es ist, ein schwebendes Toast zu navigieren. Ihr habt keine Ahnung. Ihr habt... Weehee! Haha! Okay, ihr habt eins auf keine Ahnung. Ein schwebendes Toast ist nicht unbedingt ein gutes Toast. Nein. So rum. Ja, vielleicht. Ich... Ich fliege gleich in unbekannte Dimensionen, ich sag's euch. Ich fliege echt gleich in unbekannte Dimensionen, habt ihr euch die Schauze voll von dem Scheiß hier? Okay. Nein. Nein, nein. Finde die Richtung, finde dein inneres Ich. Falsche Richtung! Okay, okay, halt! Ich hab... Ich hab keine Ahnung, ich verstehe den Sinn dahinter, aber... Nein, 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 nein So, so. So. Jetzt. Nein. Vorwärts! Finania! Okay. Finania hat nicht funktioniert. Es ist so nah. Wir haben es doch fast. Wenn der Toaster nun mal... Die Steuerung... Das hier macht es nicht gerade leichter. Ja? Kann ich mich irgendwo... Geh da rein. Jo. Du gehst jetzt in den Toaster und du wirst es mögen. Okay. Nein? So? Nee, alle. So, 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 so. Und jetzt? Pass auf, pass auf, pass auf. Ich hab die Idee. Die Idee. Ja? Noch ein Stück. Noch ein Stück. Ja? Ja? Go in. Du weißt, dass du es kannst. Deine Freunde sind in Versuchung. Sie sind in Gefahr. Aber dein Ding ist noch nicht vollendet sein. Okay, okay. Ganz ruhig, ganz... Nein, 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 nein. Wir eskalieren jetzt nicht. Gut, dann eskalieren wir halt. Ja, ist mir jetzt auch egal. Okay, 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 pass auf, pass auf. Bisschen zurück, bisschen zurück, bisschen zurück. Noch ein bisschen. Nee, falsch. Hier, so. Nein. Was du tun? Du Schande! Ach, du... Du bist Schande! Ich sollte aufhören, das zu sagen. Das gehört mir nicht mal. Wisst ihr eigentlich... Es ist frustrierend. Hier spielt nicht mal mehr Musik. Sogar die Musik hat sich gesagt. Fuck this shit. Schwere Toast. Fuck this shit, Hammer. Das ist mir echt so blöd. So, was ist Randale? Wir sind ein Baguette. Zerschmettere alles. Oh, was? Okay, mich selber eingeschlossen. Sachen kaputt machen kann ich gut. Oh, vor allem das da hinten. Das sieht zerschmetterbar aus. Ich bin das Baguette, das deine Welt infrage stellen wird. Und yes, ah! Ich schmeiß das Ganze um. Oh, yeah. Fuck your shit up. And yes! Ich bin Darkwing Baguette. Baguette. Du bist Baguette. Du bist Baguette. Du bist schwer zu kontrollieren. Und yes. Und jetzt gib ihm. Jetzt gibst du ihm. Oh, ja. Zeig diesem Glas, wer hier der Bus ist. Fuck shit up! Mach doch! Okay. Wir haben nur noch... Was? Wir haben nur noch 40 Sekunden? Geh doch! Jetzt! Hier! Mach doch wenigstens jetzt das da unten noch kaputt. Und hör... Ja! Fetzt dich von mir aus! Das ist gut so. Oh, yeah. Komm, wenigstens besser als F. Würdest du bitte... Okay, dieses Regal ist absoluter Scheiß. Es bewegt sich nie dahin, wo es soll. Ich bin absoluter... Ich bin Schande! Ich hab E! Yes! Alter! Was ist das denn für ein Modus? Warum bist du ein eskalierendes Baguette? Nein! Wow! Ich kann nicht kaputt gehen, vor allem. Du sollst da hin. Da ist mehr Zeug zum Kaputtmachen. Oh, yeah! Combo-Breaker! Combo! Fuck up! Oh, yeah! To the moon! Bitch! Was war das denn? Alter! Das Baguette! Deines Lebens! Ich werde heute keine Baguettes verkaufen können. Ohne Scheiß. Wenn jemand an der Kasse ein Baguette hat, ich werde es schmeißen. I'm going to throw that shit! One impression check! Helicopter-Baguette! Okay. Wo ist noch mehr zum Kaputtmachen? Ein Baguette ist auf Rande alle aus! Shit! Ich hab nix mehr... Ich seh nix mehr zum Kaputtmachen. Und jetzt da hin. Und zap! Und zap! Und zap! Okay. Vielleicht fliegen wir auch diesmal nicht. Es wäre ja mal nicht schlecht, wenn wir nicht einfach wegfetzen würden. Und wir sind auf jeden Fall auf D. Das ist gut. D ist immer gut. D steht für viele tolle Sachen, die das Leben schöner machen. Hinein ins Weekend-Baguette. D steht für viele tolle Sachen, die das Leben schöner machen. Okay. Eskalierung! Komm her! Gib ihm! Ist trotzdem nur D? Ich bin durchs halbe Wohnzimmer gefetzt. Wie kann das nun B sein? Mein Jesus! Scheiße, nein! Okay, Moment. Neustarten. Oh Gott, ist das auf einmal schon spät. Ich muss auch zusehen. Ich könnte ja noch Stunden weiter daddeln. Du sollst da nicht... Pass auf. Nein, nicht... Du sollst hier nix teilen. Teilen kannst du Käse. Was weiß ich denn? Wohnzimmer-Starsch-Metrales! Baguette-Rage! Ich hab schon irgendwas kaputt gemacht, ohne es mitzubekommen. Oh mein Gott, der Typ hat ein Alkoholproblem. Ich merk das jetzt. Ey, was hast du eigentlich als Baguette nicht zu tun? Komm! Mach den teuren Whisky kaputt! Ja! Fuck your shit! All die schönen Scotchgläser! Deine Top-Pflanze kann mich auch mal! Gebt mir all diese leckeren Punkte! Woppa! Okay! Die Lampe musste schon dran glauben. Kann ich mit der Lampe irgendwie in eine bessere Welt... Nee, nicht wirklich. Oh Mann! Die Lampe hätte mich nach Narnia bringen können. Scheiße! Nein! Nein! Nochmal! So! Jetzt! Jetzt! Okay! Und so! Nein! Du Baguette! Ich baguette dir gleich eine! Baguette! Boah! Ey! Ohne Scheiße! Ich werde immer schlechter! So, weil ich mich nicht mehr richtig bewegen kann! Bad! Mach Bad kaputt! Das gehen schon Sachen kaputt, ohne dass ich was tue! Yay! Ich bin ein nasses Baguette! Fuck your shit! Alles in die Tonne direkt! Okay! Und jetzt hier? Als Baguette bist du halt nicht sonderlich gelenkig. Das ist halt das Problem. Du bist halt ein Baguette. Das ist eine Tatsache, an die du dich gewöhnen musst! Du kannst halt fliegen! Absolute... Eskalation! Yes! Deine Gummiente! Kann mich mal! Du verkackter Säufer! Hol dir dein Billigbier woanders Bad in Scherben! Wow! Das ist so abfackt! Dein Duschgel ist schlecht! Es riecht! Warum hat der Kerl... Es war wahrscheinlich im Angebot, deswegen hat er 10.000 mal dasselbe Duschgel gekauft! Alter! Richtig! Heizer! Heiz mich weg! Okay, und jetzt? Geh weg! Ja! Von mir aus doch... Ja! Ja! Das ist dein Eigentum und es ist mir egal! Oh yeah! Schmetterhansch! Destruction! Mann! Ne, ich will doch weiter! Mehr! Mehr! Gib mir mehr! Gib mir mehr! So schmettere alles! Fuck yo shit! Nimm das Ball! Ich hab keine Ahnung wo ich bin. Aber das ist auch egal, ich bin ein Baguette. Okay. Erstmal kaputt machen. Ja! Wir machen erstmal kaputt. Sehr schön! Hol alles von der Wand! Auch die Axt! Ich will die Axt! Verdammte Axt! Und so! Jetzt, nee, ältig, ältig! Oh, Tram! Helikopter! Kann ich den Dings anmachen? Das wäre ja mal der geilste Scheiß überhaupt. Ich will doch nur von der Wand weg. Okay. Jetzt. Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Paff! Critical Hit! Scheiß Pokémon! Und jetzt. Und jetzt. Verdammt! Sehr schön. Wo ist mehr zum Zerstören? Da oben ist mehr zum Zerstören. Da muss ich hin. Ich muss dahin, wo Zerstörung ist. Das ist der wahre Weg des Baguettes. Oh, yeah! Ich sehe nichts. Ich sehe blau. Manche Leute sehen rot. Ich sehe blau. Äh! Nein! Okay. Eh, schlecht. Garten. Gerne auch noch. Ich bin... Ich habe hier gerade Zerstörungswut. Alter, das war eine Gartenparty. Wenn sogar Glas auf dem Dach ist. Hier. Fuck your shit. Dein Leergut kannst du knicken. Dafür kriegst du keinen Leergut mehr. Nicht in meinem Laden. Und so. Jetzt dahin. Komm. Komm, du liebes Baguette. Eskalier mit mir, nicht gegen mich. Du sollst sie eigentlich kaputt machen. Danke. Sehr gutes Baguette. Wir müssen zusammen eskalieren. Nicht gegeneinander. Werde eins mit dem Baguette. Yesa! Paff! Uh, da drüben ist mehr. Da drüben ist mehr für die pure... Ja! Deine Karre kann mich... Ich bin das nasseste Baguette überhaupt. Das nasseste Baguette dieser Welt. Nein, nicht ins Wasser. Danke. Liebes Baguette, wir müssen miteinander eskalieren. Nicht gegeneinander. Deswegen wäre ich dir dankbar, wenn du... Da lenkst. Genau. Ganz genau. Richtig. Geh kaputt. Mach deinen Scheiß kaputt. Nein! Gut, dann nicht. Dann geh halt woanders. Das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nicht. Flippung! Ja! Sehr schön. Der Helikopter macht's immer. Der Helikopter-Trick macht's immer. Der macht alles möglich. Der Teller hat mir ja auch noch kaputt. Krieg ich auch noch. Arschloch! Jetzt haben wir nur noch die Tankstelle. Und dann war's das auch. Dann ist auch genug. Alter. Die Sachen gehen hier kaputt, ohne dass ich was mache. Was zum Fick? Ich mach hier nicht mal was. Ich mach hier nicht mal was und es geht alles kaputt. Alter. Das Spiel ist so durch. Consider it done. So, und jetzt auf die andere Seite. Komm. Sei das Baguette, das die Welt bekommt und auch verdient. Yes! Oh, da oben. Oh mein Gott, ich will da hoch. Dein Sub des Tages kann nicht mal. Ja, von mir aus. Ich mach deinen Scheiß kaputt. Ein Pong! Oh, hier ist so viel zu zerstören. Was auch immer grad passiert ist. Es war geil. Und ich will das total nochmal machen. Ich bin, ich hab Doppel-A. Alter. Doppel-fucking-A. Jetzt komm, hoch da. Da holen wir noch mehr raus. Mein, hier ist allein noch so viel zum kaputt machen. Ey, komm. Jetzt fuck mich nicht ab. Ja, richtig. Glitch von mir aus ein bisschen. Ist egal. Ich glaub, ich hab das Maximum rausgeholt. Ich hab Doppel-A-A. Always be getting better. Rye Hart. Oh Gott. See you so much. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.